Bei MyToffDishUnnet mit DotDawn Wir haben in den letzten Eisen hier gefunden Ich will aber hier dringlich so sein Tucken wir draußen Reden nur ein bisschen Arbeiten Die ganze Erde muss weg Sitzlinge Gucken wir hier noch was Noch ein Kleine Spätanlage So Auch erledigt Und gleich ist unser Schaufel Topwood Hm Muss ich mal kurz tucken Da bin ich immer alles dabei Zwei Na, machen wir nochmal Machen wir zwei Machen wir zwei Ändern Und dann Und dann Und dann Schnell in den Zos Schnell in den Zos Und in den Bett Das ist ja nicht mehr viel was ich als Dach habe Machen wir Puh 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 up 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 Nee, sieht ja nicht schlecht aus um uns. Oh! Bup! 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 So haben wir fast alles zu ihm so ne, das war zu viel um ne, das war zu ok um und wir uns das Holz noch messen ne, ne, ne ne die 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 Das war's für heute. 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 So. Nee, ich will noch welche haben. Somit können wir hier weiterbauen. Hm. So. Alles auf einmal erledigt. Okay. Okay. Let's see. Oh no. So. So. So das erste. So. 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 hmm 1 in Herz und wir hatten ja welche noch mitzubekommen so das ist Tanit wissen wir wo Tanit ist ist am meisten Tore und 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 habe ich mir momentan überlegt wie ich's werde veranstalte hier und 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 die nächste Spitze äh und 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 Was passiert, wenn ich hier bei der Brudel? Hm. Ja, ja. Hm. So. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Maltorft. Dich andet. Tschüss.